herzlich willkommen zur let's play the vision hier der spike das ist der humble mann hoch 5 ja so wir gehen wo wird uns der weg angezeigt da woher gekommen sind okay weiter geht's schnell kann man treppen nicht hochgehen doch bisschen ja man kann ran springen doch jetzt gehe ich auch schnell ja ich bin doch schneller warte ich wollte schon immer mal auf dem weißen auto hier das musste jetzt einfach mal sein flacker licht genau macht bloß die scheiße weg das schlimmste was es gibt eine wir haben zurzeit bei uns in der straße eine birne die defekt ist in der laterne ja also so was nerviges dann kannst du bei erstattung anrufen ja hier ist eine kaputte bilden die flackert die ganze nach und es nervt und sagt sie dann zu mir und hätte ich gesagt gut dann trete ich jetzt aus ich habe was anderes gemacht das darf ich nicht im video erzählen was ist denn der grubb aus auch der spike alter hat er eine Zwille rausgeholt hier drin war ich aber auch noch nicht der lang kommt mir nicht bekannt vor ist auch nichts drinnen wo ist sie hier geil gelb schmeiß mal ein burger rüber und hier ist action clonedaten hier überwachungsdaten hier ist ein echo hast du die autos geprüft noch nicht ich gehe einhaut viel im der firestarter So. Aufsohne, ab geht's. Ach der liegt da in dem Auto drinnen oder was? Ja. Ja. Da liegen die drinnen. Klang wie eine Schrotflinte. Klang wie eine Schrotflinte, ne. Okay, wo müssen wir denn hin? Geh mal hier, erstmal raus hier. Ja, genau. Na hier. Äh, kein Weg. Ich muss markieren. Verstimmt nicht. So, jetzt hab ich's markiert. Seht ihr's auch? Jo. Mhm. So, wollen wir mal sehen, dass wir hier weiterkommen in der ganzen Kram. Ja, weiterhin natürlich hier mit Spike, äh... Ja, anwesend. ...Kabi. Ja. Meiner Geilheit natürlich, ohne meine Geilheit geht's nicht. Und daher passt das schon. Oh, oh, oh. Rüber. Oh ja, mmmh. Zu dem eleganten Sprung gesehen, Spike. Er wird doch gleich... Geh der runter? Ja. Ab in den Keller. Mg Action Schrott Hier ist irgendwo ein Echo vor uns Ja Alle sind Feinde Ganz ruhig Keine Widerruhe Ihr habt was ihr wollt Wir brauchen noch einen Arzt Schießt nach uns Wir sind schon an der Klinik Scheiße Echo weg alter Jetzt hab ich's wieder Ja was hat er jetzt gesagt? Ich hab das nicht verstanden Ich hoffe das die Zuschauer das mitgekriegt haben Weg gehört auch nicht Wir sind irgendwie schon am Klinik Hat sie gesagt ne? Wir werden ihn jetzt rausbringen Wir haben ihn! Er kommt hoch Ok bringt ihn rüber, kommt schon Ok 3 4 Wie groß ist denn das nicht? Ok Also gut ich hab da jetzt überhaupt gar nicht so den richtigen Überblick grad gehabt Wenn ich ganz ehrlich bin Wegen den blöden Gegnern die da unten waren Ne? Lass mal erst die Gegner töten jetzt Seht euch dann! Pass auf Leute! Wir haben alle mehr Hand Wir haben auch Boah 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 Blöden alle schünen Ok Jetzt müssen wir das Echo finden Fürs Echo müssen wir noch ein Stück gehen, oder? Nein, nein, wir sind hier drinnen, oder? Bonden! Das ist ein Geisel, oder? Ja, Geisel. Ach, witzig. Ach, wer ist das? Ja, da war der Geisel. Okay, also der ist hier drinnen, oder ist der tot? Nee, nee, der wurde gefangen genommen. Ja, der Arzt ist hier tot, der Arzt steht ja hier, aber der Typ auf der... Ja, ist egal, hier ist es keiner. Der war in die Wand. Er war einfach nur ein Spike, okay. Gut. Äh, Gegner? Hä? Nee, doch nicht. Okay, bei mir gerade oben auf dem Ding war es gerade rot, deswegen. Äh... What now? 5 bis 9, das haben wir, das haben wir. Oh, er ist auf Ende. Echt, Zeh. Agent, wir haben eine wortwörtliche Manifestation negative Energien aufgespürt. Die Antennen haben eine Fehlfunktion. Sie wurden wohl sabotiert. Gleichgewicht erfordert Einsicht. Und vielleicht etwas Hilfe auf physischer Ebene. Zeh, jetzt ab. Geh. Ihr Bassnader verdient den Tod. Stopp. Von meinen Seiten. Nein, Alter. Ich irgendwie... Fuck you erstmal. Keine Ahnung. Irgendwas blaues war hier. Hä? Ja das wars. So. Das wars. Nächste Region hab ich schon gemarkt. Ach ja. Hä? Jetzt ist es wieder weg? Ne da gehts dann. Ok. Also entweder ihr wollt Gear wegbringen oder so. Naja alles gut. Gegner. Der explodiert. Die explodieren. Die explodieren. Die explodieren. Ne. Feuerwerk in the morning. Oh hier ist wieder was. Entsatz. Kann das nicht einsammeln? Könnt ihr das einsammeln? Ja. Aber jetzt gehts. Ja. Die versuchen einen vielleicht sogar deswegen umzulegen. Hör. Hab ich erlebt. In dem Fall musst du dir den größten raussuchen und ihm in den Kopf schießen. Leg ihn einfach um. Dann hören die anderen zu. Vergiss nicht. Er würde das selber machen wenn er könnte. Gezielter Schuss direkt in den Kopf. Alles klar. Wenn Kinder dabei sind ist es leichter. Ziel einfach auf das Kind dann geben sie nach. Warum Muni vergeuden. Wenn sie einen Hund haben kannst du drohen ihn umzulegen oder du legst ihn einfach um. Wenn du die Eier hast kannst du ihn sogar mitbringen und braten. Wie? Wir sollen den Hund essen? Hey. Schmeckt echt ganz gut wenn das Fleisch mager ist. Ja ich bin's. Keine Ahnung wann sie mich nach Hause lassen. Du bist auf der Arbeit? Ist doch wohl nicht wahr. Hör mal Schatz. Wir haben echt Probleme mit der Hauptturbine. Und wenn der Strom ausfällt ist die ganze Insel am Arsch. Ich kann jetzt nicht weg. Selbst wenn ich wollte. Die Army ist hier und... Hören sie dich da etwa fest? Scheiße Jack geht's dir gut? Ja bestens. Aber ich weiß nicht wann ich hier rauskomme. Hörte sich sehr besagt dann. Geh zu Brandy nimm die Jungs mit und bleib drin. Ich komme wenn ich... Aktives Ecosignal geortet. Aktives Ecosignal geortet. Oh ja. Weißt das kennen wir schon? Ah das kennen wir schon. Weiß ich ob ihr das schon kennt Leute. Nein noch mehr schon. Holen sie uns hier raus bitte wir tun alles dafür! Gibt's ja was. Wo ist denn der Marker weg? Ja das hier oben ist wir müssen... Da ist diese kleine. Ah ja. Pliding! Hey nimm das Seido! Hallo Freund! Also so'n Teil will ich auch haben. Bin dir. Drück den Knopf. Wir sind die Einzigen die die los haben. Das Notwendigkeit von hier. Ja. Hier ist ein Gegner. Ja das ist los. B出来! Jadi! B dieser Sound fackt dann alter ich drück mal den Knopf ich vermute, wir müssen in die Richtung ok, da hoch, ok Luft zu Leider Leider nehmen wir so langweilig, das kann doch jeder, ne Geige? Wir nehmen hier schöne Übungen, ja der Typ soll ja nicht zu fett werden bei so einer Katastrophe Oh ja, da hab ich gezeigt, wo ich mir erst noch Das ist unsere Gelegenheit! Der richtige Zeitpunkt ist Oh, Spike, weg, weg. Oh, Alter. Aber ich muss jetzt sagen, mit vier Leuten droppen hier mehr Sachen. Na klar, muss ja. Nein, wir haben vorher kaum was gehabt. Es geht gerade an mir. An deiner Geilheit, ne? Unser Potenzial ist stets bereit, von uns genutzt zu werden. Vielen Dank, dass ihr es immer im rechten Moment einsetzt. Ende der Durchsage, Agent. M4-Polizei-Version. Ich würde gerne wieder nach Gear erstmal gucken, bitte. Ja, mach halt. Aber mir blinkt auch schon ja alles hier. M4-Polizei-Version. 451 Schaden, Standard. 432. Puh, die ist besser. Okay, ich muss mal gerade meine M4 dann umbauen. Ne, das ist eine Maschinenpistole. Die will ich nicht. Hä? War die doch gar nicht. Da ist er. M4, Sturmgewehr. 451. Ja, die hätte ich gerne. Okay. Dann müssen wir die jetzt erstmal auseinanderbauen wieder, Leute. Gerade wegen der Magazinerweiterung und das. Mega geil. Schon wieder was richtig Geiles bekommen, ey. Freut mich. Sorry. Entschuldigung. Jetzt haben wir noch einen gelben und einen Nebeneinsatz. Dann ist das Sektor auch fertig. Ah, und einen Kampf haben wir noch. Öl. Das Griff. Nehmen wir mal Präzision. So. Dann haben wir hier noch einen schönen Schalldämpfer. Magazin. Natürlich den. Und dann hätte ich gerne auch ein schönes Visier, Präzision und kritische Trefferchance. Sehr schön. Warte, jetzt muss ich aber eine ganze Ecke weitergekommen sein mit der Waffe. 4.183 Schaden, okay. Schon nicht schlecht jetzt. Okay. Weiter geht's. Und ich bin soweit. Machen wir als nächster. Ach so, ich muss ja nur eine Mission auswählen, Mädels. Stimmt, ja. Wo sind wir denn? Vielleicht finde ich das komisch mit der Karte. Hier ist eine Leine. Kann man runtergehen. So, machen wir die, ne? Agent, wir haben Meldungen erhalten, dass eine Gruppe der Cleaners unter einem Anführer namens Axel Wallace die Gegend unsicher macht. Bitte manifestieren Sie diese Monster eine Kugel direkt in seinem Schädel. Entschuldigen Sie meine Wortwahl, Agent. Ich muss meine Chakren reinigen. Und da ist, da ist nichts drauf, dass er schneller schießt. krank, ne? Ja, der war richtig vielerhaft aus. Ja. So, und dann... Oh, was ist... Ah, die braucht Hilfe. Kriegen Sie, junge Frau. Ja, jetzt habt ihr wieder Scheiße gebaut. Jetzt will sie nicht mehr. Hier ist noch nichts drin, Leute. Alles geplündert. Munition könnte ich mal gebrauchen, so langsam. Tadam. Wir müssen wieder runter in den U-Bahn-Shacht. Ja, das ist doch die beurte Sache. Wir gehen nicht mehr so schnell mit. Das zieht fast gar nicht. Richtig nice. Ja, hast du das gesehen, Geige? Bist auch so sportlich hier. Ja, bumm, Junge. So, Geige hängt fest. Echt? Geige läuft auf der Stelle. Geige? Geige? Geige hat ein DC. Okay, wir müssen hochgehen. Gerade warten. Oh, weg ist er. In der Gruppe ist er noch drin, ne? Jetzt ist er weg. Ja. Leu, warum hast du bei mir zu... ...punkte? Das war bei mir auch gerade mit so Punkten versehen. Ja, Leute, wir sagen dann mal ganz kurz, äh, vielen Dank fürs Einschalten. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder mit, Geige oder ohne. Werden wir dann gleich sehen. Bis denne. Tschüss. Bis denne. Ja, dann geh ich jetzt.